Herzlich Willkommen am Armentinos-Gymnasium Burghausen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich und dass Ihr Euch für unser Gymnasium interessiert. Mein Name ist Ulrich Kanz und ich leite diese Schule. Für das kommende Schuljahr gibt es einiges Neues bei uns, das für viele von Ihnen und von Euch sicher sehr interessant ist. Wir starten mit einer echten Sportklasse, an der die beiden großen Burghauser Sportvereine und die Stadt Burghausen beteiligt sind. Und wir führen mit dem wirtschaftswissenschaftlichen Zweig zusätzlich zum etablierten naturwissenschaftlichen Zweig eine moderne und in die Zukunft gerichtete Ausbildungsrichtung ein. Dabei bleiben wir ein Gymnasium mit einem starken sprachlichen Profil. Ich lade Sie, liebe Eltern und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler herzlich ein, das Armentinos-Gymnasium in diesem Jahr über unsere Homepage kennenzulernen. Durchstöbern Sie unseren Internetauftritt, verschaffen Sie sich einen Eindruck durch unseren Imagefilm und unsere Infoclips, vereinbaren Sie einen Termin für eine Familienführung und nehmen Sie am virtuellen Infoabend am 15. März teil. Sollten Sie Fragen haben, kommen Sie gern auf uns zu. Wir freuen uns auf Sie und vor allem auf Euch! Vielen Dank!